Du bist Krimi-Fan und liebst spannende Serien? Bei Circus bekommst du hochklassige skandinavische und britische Krimiserien, wie zum Beispiel The Fall, Der junge Inspector Merz, Vera und viele mehr auf Abruf. Hol dir Circus ganz einfach zu deinem bestehenden GigaTV-Tarif dazu. Die Freischaltung für dein GigaTV-Gerät ist ganz einfach und super schnell. Ruf dazu die kostenlose Vodafone-Hotline an und sichere dir gleichzeitig deinen Gratis-Monat. Der Gratis-Monat ist vorbei? Dann zahlst du jeden Monat nur 3,99 Euro für Circus. Das Geld wird bequem über die normale GigaTV-Rechnung abgebucht. Wenn du dir Circus holst, wird es automatisch auf deiner GigaTV-Cablebox oder GigaTV-Netbox freigeschaltet. Du findest Circus in der Vodafone-Videothek unter Streaming Services. Öffne dann Circus und stream sofort los. Tipp! Mit der GigaTV-App kannst du Circus auch mobil über dein Smartphone oder Tablet nutzen. Wir wünschen dir fesselnde Krimi-Abende mit Circus und beste Unterhaltung mit GigaTV.